Ja, wir sind Monera aus Gellenhausen. Also ein Teil von Monera. Die anderen bauen gerade ab und durften heute hier spielen. War ultra geil. Predator. Definitiv. Auf jeden Fall. Avengers. Avengers, ja. Samsung. Scheiß auf den Apfel. Sonne. Scheiß auf den Apfel. Zimit doch keine eineigen Zwillinge. Ja. Geht es nicht irgendwie Hand in Hand? Ja, also beides sowieso. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann lieber ein durchgehenden Moschbild als eine Wall of Death. Ja, das ging logisch. Hat mehr Konstant. Bier. Bier. Das ist ein Doktor oder? Flüssig Brot. Flüssig Brot. Das ist gerade schon ganz so. Ja, komm. Wollen wir mal so stehen. In Avengers mit roten Haaren. Hört mich auf dem Ärmel. Schnauze auf den billigen Rängen. Ja. Metal Gear Solid. Hallo. Sehr geil. Süß. Ja, ich bin süß. Was mit euch? Ja, ich finde auch, dass du süß bist. Ich bin auch nicht allzu oft sauer. Also eher süß, glaube ich. Boah. Boah. Boah, das ist... Das ist echt einfach. Also ich sag mal... John Rambo. Ich bin damit aufgewangen. Schlaues Licht. Es leuchtet blau, ja. Ne, ne, ne. Das ist nicht mein Krieg. Wobei Adrian auch gut ist. Adrian. Glanzleistung. Diese ganzen Filmas dieser Ära sind alle geil. Da kann ich mir gar keine rauspicken, den ich am besten finde. Hauptsache sind die alten Action-Stars alle mit dabei. Ja. Dann haben sie schon gewonnen. Was? Keins zum weinen. Bitte gar kein deutsches Fernsehprogramm. Netflix. Uuuuh. Also aktuelle eher Madball. Frühjäsig Updoll. Das geht bei mir einzuland. Ich weiß nicht wo ich bin. Keine Ahnung. Ich bin zu alt für den Scheid. Irgendwie Danny Klapper sagen würde. Ach, der ist schon im Bett. Du ist auch, ey. Kann man komponieren. Gut, das war's. Vielen Dank. Danke schön. Gitarre. Chewbacca. Chewbacca, ja. Chewbacca. Du bist gut. Und da ist es nicht. Situationsbedingt. Chewbacca. Und da ist es nicht... Und da ist es nicht... Situationsbedingt.